hallo und willkommen zurück eine weitere folge folge warframe jodomas wird da in späte zu uns stoßen wir haben das von den kubro noch nicht leider ja aber wir werden jetzt als abwechslung einmal die herausforderungsmission spülen um den rang auf stufe 2 aufzusteigen dann hat extra noch gewartet auf mich damit man gemeinsam aufnehmen können ja ich bin ein ganz netter ja und jetzt ist es soweit also ich drücke mal auf aufsteigen ja stadt auch fast action ok ja das ist die herausforderung mit sekundärwaffe da habe die pistolen ich habe die schule kann ja dann haben wir sogar zwei verschiedene zum sehen das ist erklärt nur sehr schön wo sind die gegner so das sollte ich mag gerade das anscheinend da kommt versteckt ich doch nicht ja bei dieser herausforderung jetzt darum mit einer bestimmten waffe sozusagen gewisse anzahl an wellen und pro welle gewisse anzahl an kills zu schaffen die kann eigentlich stehen bleiben weil ich habe so viel schüt wie flasste dann 400 über 400 doppelt so viel wie ich ja ja war ziemlich für schüt ausgelegt was anscheinend bei dem nicht so gut ist nur die mods die für den braucht die kriege noch nicht da gibt es nämlich ein mod dass sie zusätzlich zu dem schild was er den gegnern abziehen kann zusätzlich noch schaden um die anze der punkte des schildes oder so ähnlich macht und das heißt die niemanden die schütt weg und machen damit schaden das reicht bei den meisten mobs aus um sterblich um zum sterben sozusagen wenn er zwei abgeschlossen ja ich habe nur zwei feinde anfang stecken sich ja teilweise vorher wollen die schützen so wenn er abgeschlossen die nahkämpfer sind am gefährlichsten irgendwie dort sind halt die schlagen die schütt relativ schnell runter kopftreffer mache ich aber so gut wie gar keine gerade aber jetzt ja ich glaube ein paar werden schon dabei sein wenn wir nachladen da jetzt habe ich viele nahkämpfer trifft mir leichter den kopf der hat mich gerade ein bisschen erschreckt der typ der nahkämpfer ach so ist schon fertig nach der dritten welt stufe aufgestiegen ja zwei feinde verbleiben wir haben ja auch zwei nahkämpfer wille drei abgeschlossen jähr so schauen wir uns die statistik sagt ja danke lotus ein silberner entiant war neun kopfschüsse auch einer mehr als ich ja genau zielgenauigkeit hatte ich glaube 67 76 okay krass so silberinitiant jetzt haben wir zugriff auf weitere waffen im arsenal hey 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 und das werden wir uns dann anschauen ja wir werden jetzt nur schauen an zwei versuche bis der thomas kommt mit ein ei und dann machen wir die aufnahme weiter ansonsten werden wir sie das wirklich für die münzen holen wenn es nicht anders geht ja würde ich auch sagen genau in diesem sinne euer sascha und und dann jahre tschüss 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 tschüss